Zirkulig, was ist er? Rico auch hier, grüß dich, Monti Michael ist da, schau Rico, da wolltest du ein Video ich habe ja zwei, das hier ist der Maki, unser Mandl, wir haben eine Art Multimix, das ist wahrscheinlich irgendein belgischer Schäferhund drin, wie man sieht und ein Husky ist wahrscheinlich drin, das sieht man so ein Ruti hinten, das hier lernt, das ist Pala Pala ist dann so ein Laborator Retriber Mischling, die haben wir schon von klein auf als Baby und ja Pala ist natürlich leider die, die was er immer anbinden muss, weil die läuft immer weg, die folgt man kein bisschen nicht, die hat ihren eigenen Schädel, die hat einen viel zu großen Jagdtrieb zum Schauen ja und da wollte ich wissen, was wir mit unseren Hunden machen, eigentlich gar nichts, sie sind einfach unsere Familienmitglieder ich kann ja höchstens sagen, was die Hunde mit mir machen, das kann er da sagen und zwar ist es bei mir wahrscheinlich, wird sich kurios anhören, sie sind sowas wie meine Psychotherapeuten weil ich habe eigentlich eine Hundephobie das war eigentlich etwas, das was ja an Andy Frombeer schon damals über Angst passen will es gibt eigentlich nur zwei Sachen im Leben, vor denen ich Angst habe das ist meine Familie zu verlieren und ich habe Angst vor Hunden, ich habe eine Hundephobie und ja, ich selber wäre nie auf die Idee gekommen, einen Hund zu kaufen meine Frau ist die, treibende Kraft da und äh, der erste Hund, das war der Benji den haben wir auch lange Jahre gehabt, den haben wir aus dem Hirn raus und das war so mein erster Psychotherapeut und wie der Benji langsam zu alt geworden ist, wie er auf seine vierzehn Jahre hingegangen ist, dann haben wir uns dann die Paula zugelegt ja, weil die Paula, die ist immer irgendwie unter Stress, die hat einfach zu viel Adrenalin und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir vielleicht einen Ruhepol dazu und meine Frau, die ist ja auf Facebook unterwegs und so, mit den ganzen Hunden sie liebt halt Hunde und dann hat sie eben eine Mackie entdeckt und dann haben wir halt den noch mit dazu genommen und der ist so der ruhige, der ausgeglichene und Paula ist immer die, die, was ich mir alles gut machen will so, das sind meine zwei Hunde ich habe sie wirklich gern und zu verdanken habe ich sie in erster Linie meiner Frau und weil seit ich die zwei Hunde habe, seitdem wird auch meine Hundephobie viel besser also ich komme mit fremden Hunden viel besser klar, als ich das vorher jemals denken hätte können und ja, das sind einfach unsere Familienmitglieder da wo wir sind, sind auch unsere Hunde das war, ja, du bist wieder inzwischen, eh klar, schon wieder eifersüchtig so, Vico, ich habe, das war's das war das, was du sehen wolltest, über unsere Vierbeiner das ist unser Mackie, das ist unser Paula, nicht? ja und du hast auch einen tollen Hund dein Retriever, äh, Retriever, sag ich, dein Labrador hat ein tolles Geschoss der geht einfach ganz gut ist auch ein Labrador, aber irgendwie sie ist nicht ruhig so, Vico mach weiter so mit deinen Videos die sind immer ganz toll ich schaue immer wieder gern rein bei dir und bis demnächst, der Michael Monty ist jetzt gleich